Umziehen like a pro geht doch ganz einfach. Achso, 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 umziehen, na dann kommen jetzt meine besten Auszugtipps. Dann ist natürlich die allererste Frage mal, wo willst du überhaupt hin? Das ist natürlich eine sehr entscheidende Frage, weil wenn du eine Wohnung finden willst, ist natürlich auch die Frage, wo soll diese Wohnung stehen? Und warum man auszieht, da gibt es ja 100.000 Gründe, okay? Für viele von euch ist es einfach wegen der Uni, andere wollen vielleicht zu Freunden ziehen oder einfach nur weg von den Eltern, was ich auch sehr gut verstehen könnte. Oder du findest einfach die Stadt geil, wie ich. Ich bin jetzt aktuell in Frankfurt und ich muss ganz ehrlich sagen, die Stadt ist der Hammer, vor allem die Skyline. Aber egal warum, du musst dir erstmal klar werden, welchen Ort möchtest du. Weil wenn du das nicht hast, können wir nicht anfangen. Wenn du das hast, rollst du einfach mit deinem Klapperschuhl an deinen Schreibtisch, nimmst ein Stück Papier, ein fein säuberliches, suchst irgendwo verzweifelt einen Stift, nimmst ihn dir und dann stellst du ganz klare Kriterien auf, okay? Mit ganz klaren Kriterien meine ich Dinge wie, wie lange soll die Mindestmietzeit sein, wie hoch soll die maximale Miete kosten, welche Lage soll es sein, welche Einrichtung, also willst du ein Bett, soll es eine BG sein, soll es eine Einzelwohnung sein, ist eine Küche drin, fände ich beispielsweise mega praktisch, Waschmaschine, Dusche, Bad, ist das Bad alleine für dich verwendbar oder mit den Mitbewohnern oder nur auf dem Gang oder was weiß ich, schreib dir all diese Dinge ganz konkret auf. Weil nur wenn du im Vorhinein dir schon legst, was möchte ich denn eigentlich, kannst du auch effizient suchen. Ganz ehrlich, das ist bei allen Dingen im Leben so, dass die meisten Menschen immer nur gucken, oh was gibt es da und dann gucken sie und gucken sie und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Okay, überleg doch einfach mal von vornherein, was möchte ich, schreib dir das bei den ganz klaren Kriterien einfach Schritt für Schritt für Schritt auf und dann weißt du ganz genau, wonach du suchen musst und dann bist du auch nicht bei jedem Inserat, was du dir anschaust oder bei jeder Wohnung, die du besichtigst, gefällt mir nicht jetzt oder gefällt es nicht. Sondern du gehst einfach ganz klar diese Checkliste durch, okay, ist es eine Einzelwohnung, check, kostet es maximal 500 Euro im Monat, check, check, hat es eine Küche, check, liegt, ist es in, kann essen, wenn du da hinziehst, check, ist es maximal 30 Minuten von der Innenstadt weg, check, 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 check und dann kannst du entscheiden, nehme ich die Wohnung oder nehme ich sie nicht, fertig. Und wenn dann irgendwas, und selbst wenn alle deine Kriterien erfüllt sind und dann irgendwas nicht passt, kannst du ja immer noch nicht nehmen. Aber das Wichtigste ist, dass du mal einen konkreten Suchfilter hast und nicht einfach überall so rumstöberst und hoffst, dass du zufällig auf genau die Wohnung triffst, die du immer haben wolltest. Wenn du dann deine ganz klaren Kriterien aufgelistet hast, dann nimmst du dein Laptop, klappst den auf, gehst auf Google und tippst einfach ein, wonach du suchst. Keine Ahnung, du kannst ja machen, was du willst. Es gibt beispielsweise, ja, ich weiß, darf ich es wahrscheinlich nicht mal nennen, deswegen zensieren wir das jetzt einfach. Am besten auch hier auf dem Bildschirm. Aber du gehst einfach auf irgendeine Inseratseite, ja, suchst dann hier beispielsweise Wohnungen mieten, ähm, Essen haben wir jetzt gesagt. So, oh, nicht 2N, Essen. So, boom. Dann gibst du ein, was haben wir gesagt? Ähm, maximal 500 Euro, Wohnfläche, was weiß ich, ist vielleicht beliebig und dann sagst du bis, ähm, ein Zimmer, wenn du nur ein Zimmer brauchst. Okay, let's keep it simple. Dann gehst du einfach drauf, du hast eh nur 25 Treffer. So, dann gehst du einfach das erste durch. Checks es up. Okay, ähm, trifft das zu Kelleranteil, ba, 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 ba. Gehst einfach drauf, ähm, schaust dann, hat das eine Küche? Ja, wenn es, ähm, wenn es jetzt angenommen wird, es hat keine Küche, wir sagen jetzt einfach mal, es hat keine Küche, ja. Ähm, doch hier beispielsweise auch eine Küche. Okay, dann kannst du das dir hier oben beispielsweise merken. Dann merkst du dir das einfach. Ähm, bitte auch da den Anbieter noch nicht kontaktieren, sondern du gehst einfach durch. Du checkst einfach nur kurz durch, trifft das hier auf meine klaren Kriterien zu, ja, dann merkst du es dir. Und du kannst es dir auch nebenbei in irgendeine andere Liste stecken. Und so gehst du dann Schritt für Schritt für Schritt durch alle Inserate durch. Und tu mir in der Hinsicht bitte auch einen Gefallen. Wenn du da durchgehst, mach bitte jedes Portal ganz fertig. Das heißt, bitte geh nicht auf irgendein Portal, wo du gerade die Werbung gesehen hast und dann stürmerst du 13 Wohnungen durch, wenn es 25 Treffer gibt. Und dann schreibst du dir 6 raus, die ganz nice aussehen und dann gehst du wieder weg. Das macht keinen Sinn. Sondern geh immer alle Inserate durch, die auf deine Beschreibung zutreffen. Weil je mehr Auswahl du hast, umso besser. Boah, Alter, das ist so verdammt warm hier drin. Jetzt war ich auch so heiß. Schreib mal bitte in die Kommentare, ey, das ist ja unfassbar hier in Frankfurt. Dann reißt du eben alle Wohnungen auf, die für dich in dieser Stadt und in diesem Portal zutreffen und die für dich in Frage kommen. Und wenn du die hast, bitte schreib die erst alle raus und kontaktiere dann aber danach, aber dann sofort die Vermieter. Warum sofort? Erstens, wir haben als Menschen immer so eine unfassbar krasse Hemmung davor, mal in die harten Dunkeln zu kommen, mal in die Umsetzung zu kommen. Und wir denken immer, oh ja, was ist denn jetzt vielleicht doch Vermieter ist? Uh, ist das ein Vermieter, ist irgendwie scary da anzuhufen. Für mich war es auch nicht einfach, aber mach es einfach. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dir von vornherein schon viele Wohnungen aufschreibst, weil du erstmal merkst, du bist derjenige, der sich die Wohnung aussucht und nicht zwangsläufig der Vermieter, der einen Mieter sucht. Das bedeutet, es ist viel weniger so, dass du dich da bewerben musst, als viel eher, dass der Vermieter dir erklären muss, warum die Wohnung ist, die er hat, die du unbedingt nehmen solltest, anstatt die andere, die du schon rausgesucht hast. Ja, deswegen unbedingt erst alle Wohnungen raussuchen, dass du merkst, okay, wie viel, wie viel Verfügung da eigentlich da ist und dann rufst du sie an, aber in jedem einzelnen. Und ganz ehrlich Leute, ruf die Leute unbedingt an, seid nicht so lame und schreibt nur eine Mail. Klar, eine Mail ist viel einfacher, aber wenn du jemanden anrufst, hat er dich viel krasser auf dem Stil, als wenn du nur irgendjemand bist, der da mal was geschrieben hat. Deswegen ruf jeden sofort an. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du die perfekte Wohnung für dich gefunden hast und in dem Moment, wo du die Mail geschrieben hast, ruft jemand zwei Stunden später an und klaut sie dir weg. Deswegen sofort anrufen, sofort sagen, ey, ich bin am Start, das ist super wichtig. Und dann aber eben gleichzeitig auch immer nicht so sehr 100.000 Gründe nennen, warum du in die Wohnung musst, ja. Die meisten Vermieter fragen, okay, wie viel Geld hast du, können deine Eltern bürgen, was weiß ich für ein Zeug. Das könnt ihr natürlich gut beantworten, da solltet ihr auch sehr gute Antworten drauf haben, aber seid auch nicht so der Typ, der einfach sofort jede Wohnung nimmt. Sondern, hey, warum soll ich das denn nehmen? Ist das da? Ist das da? Seid ein bisschen kritisch. Immer nett, das Allerwichtigste, immer nett, aber fordert auch ruhig ein bisschen, weil das erzeugt beim Vermieter definitiv Seriosität auf eurer Seite. Und dann könnt ihr euch im Prinzip eure Wohnung aussuchen, ja. Ist relativ simpel. Deswegen macht euch auch bitte nicht zu viel Gedanken über, oh, es ist zu wenig Wohnraum in Deutschland oder ich weiß nicht, wie man im Übrigen. Mietvertrag kommt zu zeichnen. Leute, mein Mietvertrag ist hier drin und ganz ehrlich, du kriegst es hin. Es ist einfach ein Vertrag. Lies hier durch, was drinsteht, wenn du damit übereinstimmst und dem zustimmen möchtest, unterschreibst du ihn. Und dann hast du deine Wohnung und kriegst, wie ich mittlerweile, deine Schlüssel. Ah, aber apropos Schlüssel, Leute. Das Allerwichtigste am Anfang, wenn ihr dann wirklich die Wohnung habt und dann aber auch umzieht, das Allerwichtigste ist, habt eine gute Beziehung zu eurem Vermieter und auch zu allen Mitbewohnern. Weil das sind genau die Leute, die euch bei all dem kleinen Zeug, wo ihr am Anfang gleich Probleme habt, helfen könnt. Und deswegen kümmert euch darum, okay, kümmert euch darum, dass ihr euch gut mit dem Vermieter versteht, wenn die Zeit seiner Seite da ist. Unterhaltet euch am Anfang ein bisschen mit ihm. Seid cool mit allen Leuten, die bei euch vielleicht mit in der Wohnung wohnen. Ich verstehe mich mit meinem Mitbewohner super, mit dem Vermieter auch super. Und ich weiß ganz genau, wenn irgendwas ist, ich kann beide davon anrufen, die sind sofort hilfsbereit. Und das wird euch am Anfang so, so viel wert sein. Ansonsten ist natürlich auch die Frage, wie macht das denn mit dem Packen? Ich habe das ehrlich gesagt relativ simpel gemacht. Ich habe hier einen sehr, sehr großen Koffer und hier einen kleinen Koffer, der auf Flixbus und Ryanair-Flügmaße zutrifft. Dann noch einen großen Rucksack und noch einen kleineren, den ich gerade hier gar nicht sehe. Doch, da oben ist er. Genau. Hier, und ihr seht auch hier schon. Ja, ich habe einfach einmal eine Grundausstattung, klamottentechnisch mitgenommen, habe meinen Laptop, Kopfhörer, eine Flasche, was zu schreiben, noch eine Flasche, mein Handy, Schwimmsachen und hier noch ein bisschen Geld und Sprungseil. Und das sind halt im Prinzip so die wichtigsten Sachen, die ich brauche und das würde ich euch auch empfehlen. Macht es nicht übelst kompliziert, sondern nehmt einfach alle Sachen, die ihr wirklich für ihr Leben von daheim braucht mit und kommt nicht mit, bam, 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 100.000 Kartons. Ist natürlich mega umständlich, ist natürlich auch empfehlenswert, in meinen Augen eine möblierte Wohnung zu nehmen, weil, klar, vielleicht ist die ein bisschen teurer, aber ihr müsst dafür keine Möbel neu kaufen, ihr habt nicht den ganzen Stress und so weiter. Deswegen, ich würde euch echt bei euren Kriterien durchaus schreiben, nehmt eine möblierte Wohnung und macht es, glaube ich, sehr einfach. Vor allem, wenn du etwas kürzer da sein möchtest, klar, wenn ihr für drei Jahre die Wohnung mietest, kann es natürlich auch Sinn machen, die selbst einzubrichten, aber das ist Geschmackssache. Wenn wir dann noch zum Leben vor Ort kommen, würde ich euch das allererstes mal empfehlen, dass ihr in den ersten paar Tagen nicht gleich sagt, oh, ich bin ein neues Ding und ich brauche eine neue Routine und bam, bam, bam. Super empfehlenswert, nach Tag 3 oder so zu machen, aber für den Anfang, für die ersten paar Tage, kommt einfach nur mal an hier ein bisschen, richtet euch ein wenig ein, in eurem Zimmer und so weiter. Und ansonsten, checkt einfach mal ein bisschen die Lage ab, ja, lernt mal die ganzen Spahnverbindungen kennen, lernt die Leute kennen, kennt die Skyline kennen, kennt was auch immer, kennen, ähm, lernt kennen, das ist mehr Deutsch, ähm, damit ihr euch einfach mal ein bisschen ein bisschen ein Gefühl vor alles bekommt. Sobald ihr das dann gemacht habt, dann kreiert euch eine Routine. Routine, mega wertvoll, natürlich auch in Sachen Produktivität unbedingt macht. Und worauf ich aber bei der Routine, ich meine klar, Zeitmenschen und so weiter, bespreche ich ja auch in vielen anderen Videos, worauf ich aber vor allem eingehen möchte, ist, das hier. Wahrscheinlich ein sehr wichtiges Thema, vor allem wenn es um eure Eltern geht oder wo sich deine Mom am meisten Gedanken darüber macht. Essen, okay? Essen. Ganz ehrlich, Leute, ihr solltet Spaß daran empfinden zu sparen, okay? Hier, die Sachen, die ich jetzt hier, was habe ich gekauft? Ich habe, ähm, hier Nudeln, Leinsamen, Couscous, Haferflocken, rote Linsen, Reis, ähm, und hatte noch einen Eintopf und ein bisschen Früchte. Ganz ehrlich, genau das, ähm, genau so könnt ihr einfach mega viel Geld sparen. Ja, ihr könnt da unfassbar viel Geld sparen. Ich habe jetzt bisher 15 Euro für diesen Einkauf ausgegeben. Und abgesehen von den paar Sachen, die gerade genannt haben, die schon weg sind, ist noch bei allen fast die Hälfte da, okay? Okay? Deswegen, gerade wenn es auch ums Geld geht, lieber holt ihr euch mal eine, ähm, möblierte, mobilierte Wohnung, die vielleicht auch noch ein bisschen zentraler steht, wodurch ihr euch mega viel Zeit und auch, ähm, Transportkosten spart. Ja, und nehmt dafür ein bisschen mehr Geld in die Hand und spart dann aber beim Essen. Ähm, und mit beim Essen sparen meine ich nicht, dass es an der Qualität leiden soll, sondern überlegt ihr ganz genau, okay, was hat vielleicht mehr, viele gute Nährwerte im Vergleich zu, ähm, zu den Kosten, ja? Keine Ahnung. Leute, ganz ehrlich, der Reis hier, wisst ihr, wie lange ich mich davon ernähren kann? Ich glaube, es hat 70 Cent gekostet oder was weiß ich. Wisst ihr, wie lange ich, und es hat spitzen Qualität, wie da draufsteht. Wisst ihr, wie lange ich mich davon ernähren kann? Das ist unendlich, ob das Ding hat. Ich glaube, das sind 10 Portionen Reis. Ja, davon kann ich mich quasi zwei Wochen lang ernähren. Ähm, genauso hier der Couscous und was weiß ich. Leute, ihr könnt so billig einkaufen. Ich war gestern auch noch auf einem Treffen mit anderen Leuten, wo die im Restaurant gegessen haben. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Komm. So. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir diese Flasche hier mitgenommen und habe aus der getrunken. Leitungswasser, ja? Ich habe noch nicht mal die 2 Euro für ein Wasser dort hinausgegeben. Und das ist so simpel, okay? Es ist so simpel. Deswegen investiert euer Geld an den richtigen Stellen und spart es an den Sachen, wo ihr es wirklich sparen könnt. Und dann findet auch Spaß daran zu sparen. Und wenn ihr das alles macht, das kann ich euch, ähm, das ganze Ausziehen und Empfehlen ist einfach der nächste Persönlichkeitsentwicklungsschritt. Ähm, vor allem nach dem Abi und so weiter. Macht das unbedingt. Macht das unbedingt. Macht das unbedingt. Macht das unbedingt. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare. Stehe ich euch gerne Rede und Antwort. Und dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Ausziehen. Und, ähm, damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und denk mal daran, ich glaube an dich. Bis zum nächsten Mal.